Jawohl an, liebe Freunde, der 096er Patch kommt, liebe Leute, und zwar kommt er mit einem Streaming-Event wieder einmal. Wie ich es euch immer sage, bei mir auf Twitch könnt ihr das live verfolgen. Dieses Streaming-Event werden wir jetzt mit dem Fame-Seekers-Patch einmal antesten, mit ganz, ganz vielen anderen Streamern auch, und wir können danach im Singleplayer den gesamten Patch auf Herz und Nieren testen. Aber was glaube ich eigentlich, was in diesem Patch kommen wird? Zum einen glaube ich, dass das Quest-System reinkommen wird. Da der Name auch Fame-Seekers ist, wird es darauf hinauslaufen, dass man um Fame-Punkte buhlen wird, und das kann man am besten mit den Quests. Dafür kommen dann diese Quest-Boards jetzt wahrscheinlich rein, oder diese Anfunk-Stationen oder Abgebestationen oder was auch immer. Alles, was damit reinspielt, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf die Quests und hoffe, dass das kein Reinfall wird. Ja, ansonsten wird höchstwahrscheinlich auch, wie im Titelbild zu sehen, der Geschützturm kommen, womit ihr euch gegen Dropships oder auch Leute, die in eure Base einbrechen wollen, verteidigen könnt, auch wenn ihr mal nicht da seid. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das Ding bugfrei reinkommt und wie es überhaupt richtig funktioniert. Dann sollte höchstwahrscheinlich der Chopper auch kommen. Der wird ja schon in dem Video angezeigt, und ich sage euch Freunde, so wie es ist, dieser Chopper wird das Leben in Scum einfach wieder sehr, sehr viel besser machen. Ansonsten kann man wie immer nur spekulieren. Vielleicht kommt ja noch der Traktor mit rein, da würde ich sehr, sehr feiern und viele Leute würden das genauso feiern. Und ansonsten kann es natürlich immer sein, dass dies und jenes ein paar Grafik-Updates, paar Horten-Updates oder sonstiges irgendwie mit reinkommen. Wir dürfen gespannt sein. Angeteasert wurde ja auch noch die Hedge, dementsprechend für alle Base-Bilder von euch. Guckt euch die Hedge an. Geiles Scheiße, oder? Endlich mal die Luke dazu machen. Viel Spaß. Noch etwas, was ich glaube, was reinkommt, werden die Armbänder sein. Woohoo, Armbänder. Und damit könnt ihr euch dann endlich mal als Truppe zusammenfinden und euch die Armbänder rummachen. Hey, wir sind Team XY. Wie geil. Dann haben wir einige Waffen, die dazu kommen sollen. Einmal die Scar, dann wird so eine Uzi höchstwahrscheinlich noch mit reinkommen. Dann so ein Bogen, ein Rucksack oder was auch immer alles andere für Items. Das sind ja die geringsten Sachen, die reinkommen werden. Aber wenn das schon so promotet wird, dann denke ich mal, werden ein paar schöne Sachen da mit reinkommen. Vielleicht auch der Müll-Gelie und so weiter, die Impro-Gewehr. Was auch immer da alles mit reinspielt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das angeht. Ja, soviel dazu. Sagt mir mal, was ihr denkt, was in diesem Patch noch kommen wird. Und was ihr denkt, was eigentlich rein sollte. Und ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr jetzt schon mal ein Follow auf Twitch da lasst. Kommt zum Event. Heute Abend, 17 Uhr, 18 Uhr werde ich online sein. Und dann könnt ihr das live bei mir verfolgen. Eurem König. Und wir werden die anderen Streamer mal alle richtig schön lang machen, würde ich sagen, oder? Also bis dahin, Freunde. Tschau'sen. Hast du noch mal wieder? ISS THE KIND